Was in dieser Folge passieren wird. Ich probiere hier ein bisschen was zu machen, aber da kannst du auch nix, doch da kommt der Switchback. Und da geht Harris, der wäre fast hier vor uns rausgekommen und hoch war das knapp. Halleluja, das war richtig knapp hier. Willkommen hier aus Australien, Melbourne. Wir sind in unserer F1 23 über der Teamkarriere mit Artie bereits in Season Nummer 3 angelangt. Und ich freue mich. Ja, es geht hier weiter. Melbourne war eigentlich immer eine geile Strecke. Mit 4DS-Zonen ist es ein bisschen schwierig, wenn du von hinten angegriffen wirst. Aber mal gucken, der Saisonauftakt in Saudi-Arabien lief ehrlich gesagt nicht so erfolgreich, weswegen wir hier nochmal alles oder ich alles geben werde. 5,2 Kilometer, 4DS-Zonen und ja, eine sehr, sehr geniale Strecke. 14 Kurven, das ist wirklich sehr, sehr schnell. Let's go. Und so lässt du es sein, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Dennoch finde ich es ziemlich gut. Und bei dem letzten Run konnten wir uns einen Ticken verbessern. Aber jetzt geht es in den komplett letzten Run. Let's go. Turn 1 haben wir eigentlich ordentlich, ja, geschafft. Da geht sogar einiges an der Zeit runter. EAS ist zwar nicht mehr viel da, aber ja, ich weiß nicht. Ich werde mit dem Auto irgendwie nicht warm. Auf eine Runde ist es so schwierig, mit diesem Auto gute Zeiten zu fahren. Ich muss da wirklich immer gleich zwei, drei Runden drauflegen, dass wir den nur irgendwie, ähm, ja, eine ordentliche Zeit hinbekommen. Ja, boah, der war gut. Sehr, sehr viel mit rausgenommen an, an, an Schwung. Und, ja, da geht's mit zwei Zehntel, einer Zehntel, ah, warum verlieren wir jetzt wieder so viel Zeit? Das macht gar keinen Sinn. Jetzt hier durch, full speed, wirklich da alles mit rausgenommen. Also, ich habe da wirklich auf jeden Zentimeter ausgenutzt. Und da sind wir auf beinahe vier Zehntel. Zack, auch hier diese Spitzkurve ordentlich erwischt. Und jetzt geht's dann in diesen letzten, ähm, ja, paar Kurven, die es auch in sich haben. Gerade diese Kurve hier, da habe ich mir schon mal eine Runde zusammengeraunt. Auch hier jetzt wieder sehr, sehr rutschig. EAS ist bereits aus. Letzte Kurve, naja, erwischt. Da habe ich ein paar Tausendstel liegen lassen. Wo bleibt die Uhr stehen? Gucken wir uns mal an. Startaufstellung. Das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Russell Verstappen. Leclerc Norris. Perez, der Wissenschaftler. Gasly, Oscar Piastri. Zunoda, Strahl. Joe, Hülkenberg. Bottas, Ocon. Albon, Duhan, Magnussen, Sargent, De Vries und Liam Lawson. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit zur Strecke zu schalten. Liam Lawson ist also jetzt bei Alpha Tauri. Das ist auch eine sehr interessante Kombi. Let's go. Rennen 2. Nando Norris startet. Direkt vor uns aber das Gestandmann Start. Gutes Qualifying. Auch von, ja, ihm. Noch ein besseres wie von mir. Aber ich muss euch sagen, ich werde mit diesem Auto nicht richtig warm. Ich muss mich da nicht noch dran arbeiten. Auch wenn wir da schon ein paar Seasons abgegradet haben. Ähm, ja, werde ich gerade ab dieser Season. Dann müssen wir noch ein bisschen was reinstecken. Es ist so händeltechnisch. Ja, ich konnte, boah. Die kommen da echt nah aufeinander. Ich probiere hier ein bisschen was zu machen. Aber da kannst du auch nix. Doch, da kommt der Switch back. Und da geht's dann, ja, die Verwarnung ist klar mit Rad an Rad. Aber, ja, das ist halt mal auf so einer engen Strecke. Da kannst du jetzt auch nix anders machen. Sands und Verstappen vor uns. Und da schießt der Schall wieder vorbei. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bekomme die Kollision, weil sich er hier durchquetscht. Das ist interessant, Leute. Und jetzt hier, ja, wir sind in Runde Nummer 2. Und ich kann, ähm, es fühlt sich wieder an wie zur Anfangszeit. Wir hecheln der Konkurrenz hinterher. Auch wenn du eine Strecke wirklich bombastisch gut kannst, ist es so unfassbar schwierig, mit so einem unterlegenen Auto, ähm, ja, generell was zu reißen. Wir müssen jetzt auch ein bisschen aufpassen. Upgrade-technisch geht aktuell nicht viel. Weil wir zuerst Geld brauchen, um die ganzen Sachen zu kaufen. Dass wir dann upgraden können. Also, wir hängen jetzt ein bisschen ein paar Rennen in dieser Zwickmühle fest. Von, ähm, ja, Geldbeschafften kaufen, dass man sich wieder Upgrades kaufen kann. Also, ja, das wird auf jeden Fall noch eine lange Season werden, wenn es so weiter geht. Aber kann natürlich auch sein, dass die Strecke einfach und sein Auto nicht richtig wiegt. Auch Lando Norris kommt jetzt nicht an Russell vorbei. Und vor uns ist in keinerlei Zwischenverstappen. Und, ich glaube, das ist ein Mercedes-Bee. Das ist das wieder, Russell, oder? Jetzt gucken wir jetzt einmal die Start-Replay an. Und die war eigentlich okay. Der Start war an sich sehr gut. Ich weiß nicht, was Lando da gemacht hat. Also, der ist gestanden. Das war nicht schön. Aber das, ja, muss man jetzt mal so akzeptieren. Ich finde es auch cool, dass wir hier an Leclerc vorbeigekommen sind. Auch wenn sich da wirklich drei gestritten haben. Also, nicht nur zwei. Da wollte ich ein bisschen mehr Profit draus schlagen. Also, dann, ja, ja, da kommt Russell ins Rutschen. Und der reißt dann quasi mich auch mit. Weil ich ja auch kaum hier Platz habe. Ja, da kommen wir zwar mal kurzfristig vorbei Rad an Rad mit Leclerc. Boah, das Ganze krass. Alles mitgenommen. Nur, um da irgendwie Platz noch zu finden. Und dann schießt hier wieder, ja, da schießt wieder Leclerc vorbei mit Rad an Rad. Und da geht es richtig eng zur Sache. Das ist dann ebenfalls Runde Nummer 1. Da können wir eigentlich Leclerc gut folgen. Ich habe auch gehofft, dass wir hier vielleicht eventuell ein bisschen drauf reingehen können. Aber das hat nichts geholfen. Also, da war ich wirklich zu aggressiv teilweise. Runde 2 hier. Wir können Leclerc noch folgen. Das ist das Gute an dem Ganzen. Das Ding ist halt wirklich, wir müssen, ja, ein bisschen drauf hoffen, dass da vor uns irgendwas passiert. Vielleicht auch mit Strategie und so. Mal schauen. Also, das wird heute wirklich kein einfaches Rennen werden. Im Windschatten sorgen wir uns hier immerhin an Leclerc dran. Und es gibt sogar die letzte Rennroute. Zumindest jetzt mal vorerst für uns. Das ist schon mal gut. Und jetzt wird es auch die RS geben, was das Ganze etwas einfacher machen sollte, hoffentlich. Also, mal schauen. Vielleicht wird es dann doch was. Ich freue mich auch, dass wir endlich wieder hier zurück sind. Natürlich hat es zwei Tage nichts gebracht. Aber es hat einen guten Grund. Das Ladekabel von meinem Computer ging einfach nicht mehr. Und, ja, habe dann auch ein bisschen diese heißen Tage genossen. Hier, wo wir wohnen, 35 Grad. Also, das ist dann wirklich Halleluja. Wo bist du narrisch? Da kommen wir mit einem richtigen Powerslide aus der Golf heraus. Und kaum Zeit zum Durchatmen. Denn hier klebt uns schon George Brustle und auch Lando Norris hinten drauf. Also, das ist wirklich eine richtig beschissene Situation. Okay, Lando lebt jetzt nicht so drauf wie Schal, aber das ist auch ein Wahnsinnsprojekt hier. Also, die da hinten zu halten und, ja, denen da trotzdem zu folgen und im DS-Fenster zu bleiben. Es ist wirklich heute nicht einfach. Es ist das Rennen voller Herausforderungen. Was mich echt ein bisschen komisch. Ich meine, unsere Autobahre letzte Season so strong und jetzt auf einmal ist es also, ob wir nichts upgradet hätten. Also, wir einfach hier auf der gleichen Stelle herumhocken und einfach nichts weitergehen. Ja, wir hängen ein bisschen hinten nach. Und jetzt sieht man halt auch diesen Riesenabstand. Die Spitze, die rast halt davon und ich bin so ein bisschen der Kid, der das alles zusammenhält. Lando ist jetzt auch in Not. Halleluja, kommt ja knapp dran. Wird auch jetzt ein Problem werden, weil du halt einfach, es ist Australien. Es ist eine coole Strecke, aber wie gesagt, auch vorhin am Anfang in der Intro, ja, da kommen wir ein bisschen weiter in die Strecke. Wenn du wirklich hier der Verfolgte bist, also nicht der Verfolger, sondern der von den anderen verfolgt wird, ist es wirklich eine richtig schwierige Sache. Ja, und die Reifen sind halt natürlich auch schon ein bisschen läppisch. Da musst du halt wirklich aufpassen. Jetzt hier wieder Runde Nummer 7 und wir werden weiterhin von der Konkurrenz hier aufgefressen. Die klappt mir ein Heckflügel auf und guckt euch das mal an, wie George Frost hier vorbeikießt. Also, da kannst du doch kaum was machen. Da gehen wir aber jetzt mal außen vorbei und verschätze ich mich ordentlich hier. Das ist natürlich dumm gelaufen. Äh, gelb, gelb. Da scheitert jemand aus. Grün, hä? Irgendjemand geht hier ganz weit. Ja, Russell und Paris, das ist jetzt wirklich eine Kombi, die hat es wirklich in sich. Die beiden, das wird fast ein Mammoprojekt werden. Nico Hültenberg ist aus dem Rennen draußen. Und ja, ein, zwei Runden heißt es noch durchhalten. Ein, zwei Runden noch mit diesen abgelutschten Reifen. Die Drecke ist wirklich Reifen abnutzender, als ich mir das jemals gedacht hätte. Gucken wir uns noch einmal die Reap Days hier an. Das ist gegen Landon Norris hier. In Runden Nummer, ja, was ist es? Was ist es? Halleluja war das eng hier. Und dann hier außen gegen, ja, da sieht man es auch, gegen den guten alten George Russell. Jetzt ab in die Box rein. Und jetzt müssen wir halt richtig Acht drauf geben. Nicht verbremsen, nein, das hat gereicht. Auch wenn es mich ein bisschen irritiert, dass oben immer das eingefroren ist. Also, da steht immer 84 und fertig. Also, das ist wirklich echt beschissen. Hier geht es rein. Verkackt es nicht, Jungs. Gut, 2,4. Das ist wirklich ordentlich. Und wir gehen aus der Box raus. Wir kommen auf den zwölften Platz raus. Bleibt das der zwölfte? Ja, es wird der zwölfte bleiben. Und Liam Lawson ist hinter uns. Im Alphard Tauri war noch nicht in der Box. Das sollte jetzt auch nicht allzu schnell uns überwohnen können. Auch wenn es das hier ist, er enabelt ist. Ist egal. Jetzt Paris. Der wäre fast hier vor uns rausgekommen. Und, uch, war das knapp. Halleluja. Das war richtig knapp hier gegen Paris. Mit dem Weißelreifen. Was ist das für eine China-Strategie? Bleibt bis zur 10. Runde draußen mit dem roten Satz. Dass er dann auf Weiß geht. Paris, du hast es wirklich schon immer drauf gehabt. Also, bei Red Bull versagt die Strategie wirklich jedes einzelne Mal. Jetzt wird es halt interessant werden, weil... Ah, nein. Russell war schon in der Box. Der ist hinter Pastry zurückgefallen. Da dürfte es ein paar Probleme gegeben haben in der Box. Und wir verfolgen hier wirklich... Also, wir hängen hier wieder auf dem fünften Platz herum. Verfolgen jetzt LeClaire und Sainz. Wobei die uns eigentlich, ja, um die Ohren fahren. Und wir eigentlich nur hinterher fahren. Und auch hinter Paris ist nochmal eine Lücke von zwei Sekunden zu Russell. Also, wir haben das mit den Boxen dabei gut getimed. Denn damit konnten wir uns ein bisschen Hilfe schaffen gegenüber der Konkurrenz. Also, das ist wirklich... Puh. Heute ein richtig spannendes, aber auch mega schwieriges Rennen. Denn das heute irgendwie... Ähm... Ich habe mir echt erhofft, dass wir da vielleicht irgendwie... Podium näher kommen. Aber das ist absolut nicht der Fall. Die Konkurrenz zieht uns hier wirklich davon. Und das in der richtigen Gruppe. Also, ein Mercedes, ein Repul, zwei Ferrari. Wir cruisen da vorne mit acht Sekunden Vorsprung. Und wir häkeln da irgendwie hinterher. Das ist nicht optimal gelaufen. Also, nein, das ist wirklich gar nicht optimal gelaufen. Jetzt hier durch die Zick-Zack-Kurve. Du, Punde, fünfzehn. Russell hat mittlerweile Paris überholt. Weil der natürlich auch mit den viel schnelleren Reifen unterwegs ist. Wir haben 1,6 Sekunden Vorsprung hier. Und ich werde noch zum Rapper. Weil es wirklich viele Informationen gibt. Fünfter Platz. Ja, aber wirklich ein tolles Ergebnis. Da hinten ist auch der Teamkollege. Ja, der ist weiter hinten jetzt gelandet. Äh, die Alpine ist mir aufgefallen. Die sind jetzt auch viel besser hier unterwegs bei uns. Und wir rungen hier irgendwie... Ne? Es sind immer um die acht Sekunden zu den Vorderleuten. Aber die Hinterleute. Der Russell, der holt richtig hoch. Ja, es sind nur noch 1,5 Sekunden. Russell, der macht hier richtig Druck. Also, der ist nicht langsam unterwegs. Der ist richtig, richtig schnell. Und der wird uns das Ganze hier gar nicht so einfach machen. Wir sind jetzt hier in der 18. Runde. Russell ist bereits 1,3 Sekunden hinter uns. Und das, puh, es ist wirklich unfassbar knapp. Also, jeder Rutscher hier könnte bereits bedeuten, dass er an uns vorbeikruzt. Und, ja, ich... Ja, die Reifen sind natürlich... Wir haben die Ältesten. Wir sind viel früher reingegangen. Ich glaube, eine Runde, oder... Also, viel früher. Aber wir sind früher reingegangen. Und, ja, das Ganze jetzt hier durchzuziehen, wird noch wieder ein Mammoprojekt werden. Auch wenn hier Paris natürlich noch 3 Sekunden weg ist. Aber wir wissen, wie schnell die Zeit vergeht, wenn du da einmal irgendwie einen Haken einbauen musst oder einen Switch-Overtake machen musst. Dann ist die Zeit, die geht da so schnell vorbei, dass du einfach, ja... Dass du hier einfach trotzdem richtig Probleme kriegen kannst. Jetzt hier aus der letzten Kurve war es, das war gar nicht gut. Mal gucken, der Flügel ist eh nicht kaputt. Und was für ein geiler Umschnitt hier. Jetzt sehen wir dieses knappe... Diese knappe Ausfahrt gegen Jaco Perez. Aber man muss sagen, wo. Da gab es wirklich ganz knapp die Berührung nicht mit Perez. Und Runde 18, das war jetzt dieser richtig weite Mauerrutscher, den wir ja hatten. Und... Das war echt sehr knapp. Also, wir sind jetzt mittlerweile in der letzten Runde. 18 ist Russell hinter uns. Wir haben noch zwei DS-Zonen vor uns. Und das heißt, wir haben wirklich noch eine richtig schwierige Aufgabe zu bewältigen. Denn die Jungs... Den Jungen hinten zu halten. Also Perez hat es nicht geschafft, hier dran zu kommen. Aber Russell hinten zu halten, wird halt wirklich eine schwierige Sache. Im schlimmsten Fall müssen wir halt ziehen lassen. Aber es schaut bis jetzt gut aus. Hier gut rausgekommen, viel Schwung mitgenommen. Und jetzt geht es noch einmal hier los. Ja, Russell probiert es nicht. Das wundert mich aber, dass er dann nicht irgendwie neben uns fährt oder so. Der verlässt sich vielleicht noch auf... Na, die letzte Chance bis zur Ziellinie. Das könnte wirklich noch... Das könnten die schlimmsten 100, 200, 300 Meter werden überhaupt. Let's go, letzte Kurve raus. Das zu Russell kommt angeschlossen. Sieben, zehn, läuft okay. Das ist gelaufen. Wir beenden das Rennen hier auf dem zehnten Platz. Nehmen... Ah, auf dem fünften Platz nehmen zehn Punkte mit. Also, ja, es ist ein solides Ergebnis. Ich glaube, Nia wäre heute nicht drin gewesen. Hätten wir im Start vielleicht Leclerc bekommen, dann hätten wir den noch irgendwie hinten halten können. Aber so war es wirklich ein sehr hartes Rennen. Gucken wir uns die Siegerung an. Ein weiterer grandioser, großer Preis von Australien ist vorüber. Und der Sieg heute war eindeutig verdient. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Red Bull hat heute äußerst hart um die vordere Position gekämpft. Und es ist großartig, dass es sich ausgezahlt hat. Das Team tut so viel für den Sport, dass man sich einfach nur über den heutigen Sieg mitfreuen kann. Und da haben wir nun das Fahrrad. Final-Class-Mount der Team hat es leider nicht in die Top 15 geschafft. Eben auch wegen einer dummen Strategie, aber vielleicht auch wegen unseres sehr harten Fights. Also da kann es wirklich auch passiert sein, dass sich da irgendein Schaden ergeben hat. Also es war ja wirklich Rad an Rad an. Und ich will da jetzt wirklich nichts verschreien. Also wenn da wir schuld waren, tun wir natürlich das sehr leid. Fünfter Platz in der Weltmeisterschaft. Das ist gut, wir nehmen 11 Punkte mit, weil die schnellste Rennrunde keiner schlagen konnte. Das wundert mich, aber wir waren so langsam. Aber genau in dieser einen Runde haben wir natürlich diesen DAS-Vorteil bekommen gegenüber der Konkurrenz. Und da halten wir noch ein bisschen die Rivalität offen, aber der ist was doppelt so weit weg. Also das ist wirklich nur noch Formsache. Lando Norris hat ein bisschen den Boden verloren, aber er ist trotzdem Level 17. Also auch das Ergebnis. Sehr gut im Qualifying war der unterwegs. Und morgen geht es dann, morgen oder übermorgen geht es dann nach China. Da freue ich mich wirklich besonders. Das Comeback auch wieder von Shanghai. Also das war wirklich schon lange nicht mehr im Kalender. Und jetzt hier in Season 3 werden wir nun endlich das Comeback feiern. Das wird hoffentlich spaßig werden. Also 17 Millionen haben wir. Jetzt müssen wir auch bald mal was ausgeben, um so ein bisschen das Auto weiter upgraden zu dürfen. Also wie auch vorhin angesprochen. Es ist natürlich klar, wenn du kein Geld investierst, hast du jetzt auch kaum Chance, noch das Auto weiter zu upgraden. Aber diese ganzen einzelnen Upgrades, also diese einzelnen Geldstationen. Also da gibt es ja strapazierfähige Qualitätskontrolle und so weiter. Und die dann noch extra zu kaufen. Also da kostet er jetzt schon 5 Millionen mittlerweile. Das ist wirklich eine heikle Sache. Das werden wir hoffentlich im nächsten Video, werden wir dann hoffentlich genug Geld zusammen haben, um uns endlich mal 2, 3 von diesen Abschnitten zu kaufen, um dann doch irgendwas zu machen. Sehr upgradmäßig, das meinte ich. Wir haben hier keine Upgrades. Also wir dürfen nichts mehr upgraden. Noch nicht verfügbar, noch nicht verfügbar, noch nicht verfügbar, noch nicht verfügbar. Das ist wirklich echt sehr schade. Also es geht nur in Strapazierfähigkeit. Da können wir upgraden. Aber für heute war es das mal, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank für den Support. Und auch danke, dass ihr da nicht ausgerastet seid, dass mal 2 Tage kein Video gekommen ist. Ich werde mich bessern. Da wird es wirklich jetzt einen besseren Plan geben. Aber ja, gegen die kaputte Technik kannst du im Endeffekt leider nichts machen. Aber es sollte jetzt wieder alles funktionieren. Und ja, wie wäre es mal mit einem Last Trip? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin nicht unbedingt gerne in die Journalkosten. Also wie gesagt, vielen Dank für den Support. Und falls ihr mir die Videos gefallen und die noch nicht getan habt, macht doch gerne ein Däumchen oben da. Für heute war es das. Schaut da gerne Social Media vorbei. Links immer alle unten in der Bio auch gerne auf TikTok. Macht die 13k voll. Wir sind mittlerweile 12.600. Also da geht es auch wieder bergauf. Bergauf und danke.